Bitte aktualisieren Sie mich mit den neuesten Informationen Florian Silbereisen, Helenes Überraschung, jetzt wird er emotional Bei Schlagerstar Florian Silbereisen liegen die Gefühle blank Jetzt äußert er sich emotional zu Ex-Helene Fischers Überraschung Dass die Beziehung von Helene Fischer und Florian Silbereisen nach knapp 10 gemeinsamen Jahren in die Brüche ging War für viele Schlagerfans ein Schock Doch zum Glück fließt kein böses Blut zwischen dem ehemaligen Traumpaar und Florian findet immer wieder liebevolle Worte für seine berühmte Ex-Freundin So auch jetzt, wo er erstmals wieder emotional über die Überraschung der Sängerin für ihn sprach Florian Silbereisen, das war schon sehr, sehr bewegend für mich Am 15. Januar überkamen Florian Silbereisen in seiner TV-Show die schönsten Schlagerüberraschungen aller Zeiten die Emotionen Er blickte auf einen der wohl für ihn berührendsten Momente seiner Schlagerlaufbahn zurück, den Schlagerboom 2019 Dort überraschte seine Ex-Helene Fischer ihn nämlich mit einem ganz besonderen Auftritt, der ihn zu Tränen rührete Denn eigentlich befand sich die Sängerin zu der Zeit in einer Medienpause, weswegen ihre Ex Florian nicht mit ihr rechnete So äußerte er sich zu diesem Moment so, alle haben gedacht, er ist traurig oder so Nein, das waren Freudentränen, weil ich es nicht fassen konnte Dass sie dann wirklich ihre Medienpause unterbrochen hat, weil ich auch weiß, wie konsequent sie ist In seiner Rückblick-Show vom vergangenen Samstag bekannte er sich im Gespräch mit Andy Borg und Thomas Anders zu dieser Überraschung von Helene Fischer weiter zu seinen Gefühlen Das war schon sehr, sehr bewegend für mich Dieser Moment bereite dem Sänger noch immer immer wieder Gänsehaut Hach, wie schön, dass trotz der Trennung noch so viel Harmonie zwischen Florian und Helene herrscht Das rührt gewiss auch ihre Fans Vielen Dank, dass Sie uns folgen